Das ist eine Übung in Seitenlage eines Fahrzeugs, PKWs, mit einer eingeklemmten Person auf der Fahrerseite. Was ist die Schwierigkeit dabei? Die Schwierigkeit dabei ist, dass diese Person eingeklemmt ist im Fußraum, also sich nicht selbst befreien kann. Sie hat schwere Verletzungen im Unterschenkel-Knöchel-Bereich, sodass die Feuerwehr hier angehalten ist, diese Person möglichst schnell zu retten. Das dreht sich hier eigentlich um eine sehr schnelle Aktion, die da durchgeführt werden muss. Das ist eine Crash-Rettung im früheren Sinne oder jetzt um eine Sofortrettung, wie man heute zusagt, eher, weil die Person eine relativ schwere Belastung hat. Erstens mal durch die Lage, der Kopf hängt tief, der Kreislauf, die Zirkulation und die Atmung sind gestört. Und dadurch sind die Überlebenszeiten einer Person in dieser misslichen Situation sehr eingeschränkt. Also was wichtig ist bei der Situation ist natürlich das, was eigentlich grundsätzlich den Standort-Einsatz-Regeln entspricht, Absicherung der Unfallstelle und hier vor allen Dingen Stabilisierung des Fahrzeuges. Damit das Fahrzeug nicht fällt, also nicht zur Seite stürzt. Das liegt ja im Realfall nicht so wie jetzt stabil. Das kann auch sehr instabil liegen. Also muss zunächst mal das Fahrzeug gesichert werden. Und dann ist der nächste wichtige Punkt, der unmittelbar danach erfolgen muss, dass sein innerer Retter da ist, der zum Patienten hineingeht und den stabilisiert in dieser Situation, damit er möglichst lange durchhält. Feuerwehrmann, Pinotarzt, Allgemeinmittelfliegen, Habanische Praxis auf dem Land. Welche Zeitvorgaben müssen wir da berücksichtigen? In der Situation, das wird er nicht lange aushalten vom Herzen her. Aber schätzt du, wie viel das er aushält? Also zehn Minuten ist schon das Maximum. Ja, also das ist durchaus eng. Ihr müsst berücksichtigen, dass ihr zehn Minuten braucht, bis ihr mal am Einsatzort seid. Dann habt ihr noch zehn Minuten, dann sollt ihr auch wirklich schon draußen sein. Das heißt, das, was wir hier haben, ist eigentlich eine Sofortrettung. Also ein real verletzter Patient, der älteren Datums ist, nicht jung und dynamisch sportlich, hat hier wirklich nur Überlebenschance, wenn er innerhalb einer kurzen Frisch von 10, 15 Minuten herausgeholt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ihr natürlich, nachdem ihr das Fahrzeug stabilisiert habt, diesen Patienten sofort stabilisieren müsst. Das heißt, der innere Retter, der muss da reingehen und muss diesen Patienten stützen und aus dieser misslichen Lage raushole. Ja, das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du musst so ziehen oder du musst die Knoten machen. Wenn man es doppelt genommen hätte, hätte es mit der Axt vertrillen können. Oder du kannst jetzt eine Knoten machen, kannst die Axt nehmen und kannst trillen. Oder da kann man den Kupplungsschlüssel, den kannst du aufwenden, der müsste dahinter liegen. Oder so, wie du es kannst. Was passiert, wenn du sie vom Gurt ausschneidst? Dann hast du sie. Aber dann hast du sie auch voll und ganz. Dann hast du keine Möglichkeit mehr. Und wenn du weggehst oder nicht mehr kannst, fällt die Puppe oder der Patient einfach ins Auto. Und wir haben es relativ eilig. Ja, da hast du recht. Trotzdem würde ich warten, bis eine sichere Fixierung des Patienten stattfinden kann. Dann holen wir einen Schlauch und dann um die Puppe. Zum Beispiel, ja. Das hat nicht her, oder? Gäbe es eine Alternative zum Schlauch? Es gibt eine Schleife, Bandschleife. Bandschleife könnte man machen, ja. Kann man ein Brett verwenden oder so was? Gehen wir da hin, oder? Ja, das wollen wir nicht reinbringen. Wenn man es reinbringt, richtig. Also so, wie ihr die Autos aufgingen, dann dürfen wir es auch aufbauen. Ja, selbstverständlich. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt auch die Frontscheibe. Ja, Moment, Moment. So weit wollen wir nicht gehen. Diese Türe ist verklemmt. Falls sie nicht optimal ist. Wie du kannst, wie du kannst. Moment, wenn du den Patienten veränderst, das mit größter Vorsicht. Das tust du mit dem Notarzt absprechen. Stiffneck? Haben wir keinen. Halskrause. Ja, haben wir keinen. Stiffneck haben wir nicht da, Halskrause haben wir nicht. Aber prinzipiell korrekt, müsste ran oder muss ran. Ja, keine Frage. Also, Notarzt, wir gehen mal weiter. Ich würde jetzt zurücktreten und dann die Person versuchen zu lösen und das als Beigebringen. Wir lösen noch nicht. Das ist mir alles noch zu wackelig. Wir haben immer noch, wir haben immer noch, die kannst du nicht, die sind eingeklemmt. Die kriegst du gar nicht frei. Aber kannst du die, pass auf, kannst du das optimieren hier mit dem Brett. Du musst eigentlich Schultern und Becken unterstützen und den Kopf musst du halten. Das ist die Frage, wie kriegst du das optimal hin. Der Kopf muss heben und Schultern und Becken müsstest du unterstützen. Schultern und Becken haben wir jetzt unterstützt. Gut. Okay. So weit sind wir. Jetzt haben wir noch das Problem, dass die Beine eingeklemmt werden. Richtig, richtig. Der Patient sollte jetzt, wenn er so unterstützt ist und die Last von der Gurt und vom Gewicht weg ist, sollte er eigentlich einigermaßen atmen können. Man hätte jetzt, ich hätte als Notarzt die Möglichkeit, dass ich hier hinkomme, einen Zugang zu lege. Ich hätte aber auch noch die Möglichkeit, dass wir die Scheibe raus machen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das könnte man machen, ja. Das wäre auch sicherlich im Interesse eines jeden Notarztes, weil er einfach Platz will. Das ist korrekt. Wir haben nur ein Problem, das wir euch erschweren. und hinzu eingebaut haben, dass wir diese Einklemmung im Fußbereich haben. Also, verstehst du was, wenn wir da außen was reden? Schwierig wahrscheinlich. Du hast immerhin diese... Hör mal ein bisschen zu. Okay. Wie ihr das macht, ist eigentlich im Prinzip egal. Ihr müsst ihn entlasten, ihr müsst ihn unter der Schulter, unter dem Becken entlasten und müsst den Kopf hochhalten. Weil du kannst den Kopf als Verletzter sowieso in der Position frei nicht so lange halten. Wenn ihr hier Gasmanagement macht, wird es selbstverständlich, ja. Keine Frage. Aber... Aber... So aus. So klappt die ganze Scheibe rum. Kann ich das Wort von hier vorne reinschieben? Ich kann mich da draufsetzen. Da passiert nichts mehr. Da. Also, ich leite mal eine aus. Okay. Wo ist die Gassäge? Denk die haben wir können. Die Schrotterplage legt der Hochgeführer fest. Die Schrotterplage legt der Hochgeführer fest. Da hinten, ich lege. Ja, wenn die Mannschaft von der Fall ist, ich lege. Jetzt sind wir soweit. Alle Visiere runter. Und wer hat... Wer dann können? Ja. Wenn Sie es aber teilt, dann glaube ich, Befehle. Okay. Ready? Okay. Okay. Wunderbar. Immer den Arbeitsgang, den wir gerade machen, einfach laut rüber geben, damit er es mitbekommt. Stopp. Ich will dich nicht ärgern. In ganzer Weise. Aber, was passiert? Was sag mal für eine Wetterlage? Es ist heiß. Oder warm. Aha. So. Die Scheibe ist kaputt. Du wolltest gerade mit deinen Handschuhen unten das Glas rausholen. Jetzt fängst du an zu schwitzen. Was machst du? Genau. Ich bin getrieben. Und? Was habe ich hier drin? Glas. Glas. Ja? Also, wenn man was macht, geht einfach hin. Nehmt ihr euch irgendwie das, was ihr auf dem Fahrzeug habt, im Ding entstand. Wie gut gefäßigt. Oder hier, Glas-Master oder das. Ja. Nehmt ihr jetzt. Und dann kannst du den Glasen. Okay. Ja? Aber dann bleiben die Handschuhe. Die bleiben frei. Okay. Also, wenn ihr das unter dem Zeitaspekt betrachtet, könnt ihr die Körner und liegen lassen. Dann ist gut. Das ist natürlich schön, wenn ihr das macht. Aber unter diesem Zeitdruck, den wir hier arbeiten, ist das Luxus. Ja. 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 Nehmert muito. Och Ja. Va? 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 Das war's für heute. Das solltet ihr anhand der Höhe der Sitze festmachen. Damit ihr hier ein gutes Gegenlager habt. Also denkt da mal drüber nach. Das ist ganz gut geworden hier. Man hätte vielleicht ein bisschen weiter oben aufhören können. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Der Vorunfall ist jetzt erstmal stabilisiert. Weitere Vorgehensweise. Der Notarzt will Buggy-Check machen. Wo könnte man jetzt noch öffnen? Der ganze Tag runterklappen. Der ganze Tag runterklappen? Okay. Ist das eine Maßnahme? Aber ich sage mal, dass ich erstmal hinkomme. Wenn wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, wenn wir den Steckleiter teilen, die obere Tür. Das wäre jetzt der zweite Weg gewesen. Ich schieb gerne die Fahrradtür. Die hätte ich gerne raus. Aber wir haben noch Schiebedach. Wir könnten doch so ein schönes Teil rausschneiden. Ja. Ihr habt ja recht. Ja. Jetzt kommt aber der Pfad, wo ich eben schon mal drauf eingegangen bin. Wenn ich jetzt direkt hier vorne, die Baustelle, die haben wir in 10 Minuten abgearbeitet. Ja. Das Portierschneiden. 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 Entschuldigung. Ja. Im Prinzip geht das aber mit einer Schaufelpackung genauso. Ja. Ob das Beinbord oder Schaufelpackung. Ja. Das kannst du gleich machen. Ich meine, das Beinbord hat das Vorteil, dass es nicht so eckig und kantig ist, dass es diese Öse hat da. Also das Beinbord, der unten ist einfach immer im Weg. Das kannst du nicht unter dem Patienten drücken. Das geht hier schon eher. Da kannst du mit Gefühlen ein bisschen unter den Po. Also unter Hüfte gehen und unter Schulter gehen. Jetzt kann ich die Sonne an die Meter dran. Und von daher kann ich, ihr dürft ja auch nicht den Spreizerarm so ausnutzen, wie man es normalerweise gewohnt ist. Da muss man also wirklich normalerweise auf, zu, auf, zu. Und den Spreizer jetzt in dem Fall nachführen. Wenn der Wagen stehen würde, dann nach dem zweiten Mal setzt der Spreizer sich von selber fest. Dann werdet ihr aber gleich an den anderen Stationen noch sehen. Ich versuche das mal mit dem B-Schlauch. Dass er den ersetzt, das Beinbord ersetzt mit dem B-Schlauch. Ich nehme den einfach mal raus. Würde das unter dem Aspekt der Quattretung auch so stabilisieren, oder würde da dann irgendwann an das schneller vorgehen? Stabilisierung ist immer das Wichtigste. Also das muss man machen, so gut es geht. Ich denke, das ist eine sehr schnelle Lösung da. Also das mit Scheibe raus, weit runter, dann ist der arme Kerl drinnen entlastet. Die nächste Aufgabe ist jetzt eigentlich, diesen künstlich konstruierten Fall zu lösen, diese eingekleppten Beine zu lösen und den Patienten weiterhin zu stabilisieren. Das ist natürlich eine Übungskünstlichkeit, die wir hier machen. Aber sie soll einfach aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Wo möchtest du den B-Schlauch positioniert haben beim Patient? Ja. Also wenn es geht, nimmst du den Oberarm, Außenseite, Oberarm und wenn das sich noch realisieren lässt, mit der zweiten Schlinge im Beckenbereich. Aus der Außenseite. Außenseite, ja. Okay. Und den Kopf, den musst du dann weiterhin manuell stützen. Natürlich, im Realfall bitte mit Stiffneck. Der fällt hier. Macht die viel Sinn, wenn wir das Öklenkrad gehen, dass wir das Becken reinfangen? Ja, das kann man auch noch weiter machen. Stehenzustand. So, jetzt habe ich mir den Spalt schon mal verschaffen. Ganz einfach. Was ist, wenn ich im Fenster hole, wenn wir noch aufhauen mit dem Spalter? Kann ich auch machen. Nur in der Lage. Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich für uns ein bisschen ungünstig. So. Wenn der Wagen still, gar keine Frage. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten hier. Sagt sich dann. Weil hier ist das Nachbar jetzt. Wir sind bereit. Im Rahmen, wenn ich mir jetzt einfach mal biege, dass ich das Becken abgestütze, dass wir neben dem Rez, dass wir das Becken hier reinfangen. Die große Leute haben einfach Vorteile. Bitte? Ja. Die große Leute haben einfach Vorteile. Das ist gefährlich, was du machst. Das ist relativ labil. Ja. Also geh einmal rum, schling es an. Oder geh einmal rum da oben um den Türrahmen. Schling es an, dann ist es sicherer. Weil die Tür bewegt sich ja gleich. Ja. Können Sie mir ganz kurz jetzt erklären, was da gemacht wird? Ja. Was man hier sieht, ist, dass man den Patienten schützt. Mit Mitteln, die jede Feuerwehr an Bord hat. Das ist eine Krankentrage. Man versucht die Tür zu entfernen, weil es notwendig ist, dass man den Fußraum öffnen kann. Und natürlich besteht hier die Gefahr, dass entweder der Retter selber, also der Feuerwehrmann selbst oder Teile oder auch das Gerät auf der Patient stürzt. Sieht einfach der Absicherung des Patienten und gleichzeitig auch als Arbeitsfläche für den Feuerwehrmann selbst. Und auf was muss man jetzt genau aufpassen? Im Grunde genommen muss diese Trage nur gesichert werden und kann dann tatsächlich anstelle einer Plattform verwendet werden. Die kann belastet werden, kann das hier ein Feuerwehrmann drauf kniehen, kann da drauf arbeiten. Dass alle Wehrer solche Arbeitsplattformen haben. Und so Feuerwehrtrage oder Krankentrage hat jeder drauf. Das ist einfach eine Alternativmöglichkeit. Okay, das war jetzt nicht ganz optimal. Aber man sieht, dass diese Trage auch solche kleine Missgeschicke locker abfängt und der Patient geschützt bleibt. Ich gebe die mal runter. Ist gefährlich. ... und ich gebe die Ablemer aus. ... und ich bin jetzt nicht sehr glad erschaffen, und ich werde die Ablemer ausgehoben. Sicher, da ist es eine Möglichkeit, wo, ich habe ja eben gesagt, der ist in diesem Bereich schwer eingekümmt. Und wenn man dann von nach vorne drückt, dann sieht sich überhaupt nicht, was mit dem Säulenblatt passiert. Ja? Nichts! Wo man, weil die Fernsehsamenarbeit ist, nicht ganz genau, was mit der Säule passiert. Wo die hingehen, da müssen wir einfach drauf achten. Weil, hat er wirklich da unten immer minimal Platz? Und die fangen an zu drücken, inkontrolliert, dann geht die ganzen Sachen weiter rein. Und dann ist der Platz komplett drin. Stabfasssystem haben wir auch, dann bauen wir praktisch da jetzt um. Wenn wir das Stabfasssystem komplett einsetzen können und dann halt mit der Rettungsplattform, hinten halt einfach, dass wir den Vorderbau nach vorne drücken können. Ja. Hast du mitgekriegt, was passiert? Also warst du informiert da drin, was die Kameraden ausmachen? Nein, wenn ich es gar nicht gehört hätte, ist das jetzt nicht. Also ein bisschen mehr Kommando für dich als Information? Ja, ich habe es vorher sinnlos gesagt. Das habe ich da nicht nachgekommen. Okay, gut. Also dir war das auch vorher klar? Ja, da habe ich vorher mitgesinnt. Ich bin aber wunderbar. Okay. Also deine Aufgabe wäre halt, im Grunde genommen, wenn das schon so lange dauert, den Kerl zu stabilisieren in Zusammenarbeit mit dem Notarzt. Natürlich die medizinischen Maßnahmen hier mitzuleiten. Mir kommt jetzt zwischenzeitlich ganz gut an den Patienten ran. Mir kann Zugänge legen. Mir kann dann schlimmstenfalls auch irgendwie notfallmäßig, behilfsmäßig intubieren und beatmen. Das ginge alles. Aber er muss natürlich permanent entlastet bleiben, dass er atmen kann, dass die Torax-Beweglichkeit erhalten bleibt. Au! Das Loch im Fußraum ist deshalb notwendig, dass man die Beine einsäen kann. Wir haben diese Konstruktion so gemacht, dass wir diesen Vorbau total zerknautscht haben und immer noch nicht sehen, ob die Beine frei sind und die Pedalerie irgendwie im Weg ist. Und es ist einfach eine Alternative, um eine Sicht auf die Beine zu schaffen, die von unten geht. Die man sicherlich sehr selten machen muss, aber man kann sie machen. Und es ist auch in einer relativ vernünftigen Zeit möglich. Ich wünsche es, dass ich Ihnen beobachte, ob sich da irgendwas im Fußraum tut. Er arbeitet jetzt mit einem Spreizer. Und der Spreizer hat natürlich gewisse Eigenkraft. Und da kann auch mal vorkommen, dass das nach innen geht. Wenn er es vorsichtig macht, wird es gehen, dass sich nach innen nichts bewegt. Da verschiebt es jetzt nur einen Teppich, oder? Bitte? Da verschiebt es jetzt nur einen Teppich, also eigentlich ist es relativ so geschützt. Ja, das ist so ein Schuss. Also im Prinzip muss man nachher nur noch... Im Prinzip muss man nachher nur noch mit dem Messer den Teppich aufschneiden und dann ziehst du eigentlich von unten hin. Ja, der Zeitbedarf ist ja auch ein Fünster von dem, was wir jetzt verbraucht haben. Wobei, wenn jetzt was war... Ja, okay, gut, ja. Er hat das anders gelegt. Er sagt, das ist der Pester. Okay, jetzt... Jetzt... Hast du auch mal angezeigt, oder? Ja, aber ja. Warte mal. Aber ich glaube, wir entziehen. Gut. Jetzt ist reingeschüttet und dann machst du die Hütte... Jetzt ist ein großer Zeit, dass wir die Hütte nicht von hier haben. Du hast vier andere Zeit schon da angefangen. Reicht letztlich nicht aus. So, was man jetzt schon bringt, was man beachtet. Zweite, jetzt ist das Teil wieder. Ja, wenn wir uns jetzt in Richtung haben, dann lassen wir die Geschwaffen drin. Das kann man ja. Aber... Ja, wir werden es los schneiden. So. Du musst dich hier ablegen. Ja. Das? Genau. Allerdings. Das ist... Du musst dich mal zufalten. So. Was hat denn der? Du hast die Kriere. Ja. Wenn das geht, mach dir was. Ja. 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 So. Wenn du die ganze Sache ein bisschen gezentig machen, bleibt die Schlauze noch stehen. Oh, das ist gut. Ja. Das ist gut. Ich treffe dich. Muss du hier noch ein bisschen sein? Zehn, lockst du dich? Okay. Ja, okay. Okay. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt ist das eigentlich noch ein bisschen. Das ist ganz wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was wir jetzt machen, ist die Befreiungsöffnung. Das heißt, wir trennen die A-, B- und C-Säule, sodass der Patient einen optimalen Zugang hat und klappt anschließend das Dach ab. Dann kommt man an den Patienten ran und kann ihn letztendlich befreien aus dieser Situation. Ich klappe nur das obere Schalte runter. Kriegst du raus? Ja, komplett raus. Hättest du das Dach bitte fest. Drei Leute ans Dach. Jetzt gleichmäßig, ohne Erschütterung, nach unten. Also ich behaupte mal, dass er hinten keine Entlassungsschnille ist. Ja. Ja, man hat schon vergessen. Der hat Nasenbeinbruch. Da kann ich ja nicht mit dem Daumen da oben drauf drücken. Na, auch nicht der Dach. So viel. Ja, korrekt. Und wenn man dann den Patienten rettet, wie holen wir ihn heraus? Achsengerecht. Genau. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Brett unter den Patienten, stützen den, bringen das Brett unter den Patienten und versuchen den achsengerecht rauszuholen. Also achsengerecht heißt, wir verdrehen möglichst die Wirbelsäule nicht, sondern der kommt in der Wirbelsäule komplett. Ob der euch auf die Seite kommt, auf den Rücken kommt oder auf den Bauch kommt, das hängt ganz von Körpergewicht und Lage ab. Wir nehmen ihn so, wie er kommt und legen ihn aufs Brett und können ihn dann anschließen, wenn er aus dem Fahrzeug raus ist, im Rettungswagen oder auch außerhalb des Rettungswagens weiter versorgen. Und das Prinzip ist, dass wir wirklich alle mit anfassen, sowohl der Rettungsdienst, Notarzt als auch die Feuerwehrleute mitmachen, also eine Kette. Und das ist das Prinzip der tausend helfenden Hände. Weil wir können ihn auch nicht groß anschnallen, da muss wirklich jeder am Brett sein und so gibt man das Brett nach hinten durch, sodass der Patient uns nicht runterstürzen kann. Okay. Und erst jetzt lösen wir die eigentliche Gurt. Nein, noch nicht ganz. Erst noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Hat der Notarzt doch gerade festgestellt, dass es so richtig funktioniert? Der Vorderwagen müsste nur ein bisschen nach vorne gehen. Jetzt haben wir nochmal eine Hürde eingebaut. Wir versuchen den Vorbau vorzudrücken, um noch mehr Freiheit im Beinbereich zu bekommen. Dazu setzt man unten an der A-Säule einen horizontalen Entlastungsschnitt. Setzt dann einen Hydraulikzylinder ein. Der wird abgestützt an der B-Säule mit dem Schweller. Und damit wird dann anschließend die A-Säule nach vorne weggedrückt. Das Problem bei der Aktion ist, dass natürlich Bewegung im Fahrzeug ist und auch Bewegung in der B-Säule. Der Patient hängt im Moment immer noch in der Gurt angeschnallt. Und man muss bei der ganzen Sache achten, dass der Patient dadurch durch diese Bewegung, die da passiert, nicht gefährdet wird. Die B-Säule kann sich nach innen verschieben. Und zumindest wird die Spannung des Gurtes verändert. Achtet jetzt mal, was die B-Säule macht, bitte. Und was der Schlauch macht, genau. Tu mal alles weg, dass man da draufzieht. Jetzt gucken wir, was die B-Säule und was der Patient macht. Okay? So, aber dann kann man nicht alles. Ja, man muss wirklich wissen, was man da macht. Den lassen wir jetzt erst mal stehen. Wir gehen jetzt einfach mal zur anderen Seite. Ja, der ist ja. Guck mal, die Lauter. Ja? Jeder unterbaut ist dann null und richtig. Sollten wir mit dem System am Arbeiten sein, also mit dem Start-System, geht bitte hin und macht den Stütze los. So, die nächste Sache, hat ja wahrgenommen, was da mit der B-Säule passiert. Der war noch im Sicherheits-Kopf drin. Dann zieht er automatisch. Die Übung lief sehr ruhig und sehr geordnet ab und auch sehr gut koordiniert. Die Hauptschwierigkeiten, nämlich die Stabilisierung des Fahrzeugs, haben sie sehr gut gemacht und sehr schnell gemacht. Und was mir sehr gut gefallen hat, das war auch der innere Retter, der sehr schnell beim Patienten war und auch kontinuierlich diesen inneren Patienten stabilisiert hat. Man hätte jetzt den Patienten wirklich schneller rausholen können. Warum habt ihr so verschiedene Sachen gemacht? Zweifelsohne. Die reale Zeit, die man eigentlich hat, um den Patienten hier herauszuholen, sind etwa 10 Minuten. Danach sollte der Patient aus dieser müßlichen Situation befreit sein. Was wir hier zeigen möchten, ist nicht die ideale Lösung. Die gibt es nämlich nicht, weil jeder Unfall individuell anders ist. Und wir wollen einfach hier aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Die sind teilweise recht selten und sicherlich sehr exklusiv und ausgefallen, was wir uns hier einfallen lassen. Aber es zeigt einfach, dass es viele Schubladen gibt, die man aufmachen kann. Und man soll sich das rausholen dann im realen Einsatz, was im Moment das günstigste wäre. Und wir wollen uns hier einfallen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Und wir wollen uns hier einfallen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Und wir wollen uns hier einfallen, was wir sehen. Und wir wollen uns hier einfallen, was wir sehen. Und wir wollen uns hier einfallen, was wir sehen. Vielen Dank.